hallo schön dass du auf meinem kanal bist heute gibt es wieder ein kleines feines unboxing und zwar passend zu diesen tollen regalen habe ich jetzt ein küchenrollenhalter den link findest du in meiner beschreibung das besondere daran ist dass ich den nicht anbohren muss sondern ankleben kann dazu habe ich meine fläche wo angeklebt wird also hier unter dem schrank natürlich sehr gut gereinigt mit unserem orangenöl reiniger von optidee was haben wir denn hier schön ist erstmal die beschreibung dann ein extra klebepad schrauben zum bohren falls sie doch nicht hält löcher sind schon drin und hier die klebeseite dann werde ich jetzt mal ankleben werde sicherlich die folie abmachen und dann ankleben also ich drücke da jetzt mal richtig runter ich würde es jetzt nicht verbiegen was soll ich sagen mir gefällt dir schneller geht's nicht und wem das wie gesagt zu unsicher ist der kann es ja einfach anschrauben vielen dank für deine zeit auf meinem kanal lass gerne ein like ein kommentar kommentar und hier mal ein schöner spruch in diesem sinne alles gute